Ich lasse es lieber. Das kann man auch einen anderen mal machen. So, machen wir mal das weiter. Das ist eigentlich ganz witziges, aber es ist... Also, als ich es das erste Mal gespielt habe, hatte ich ein paar Probleme damit. Das ist auch vom DS-Teil. So. So, man soll also immer in eine Richtung tanzen. Und dann plötzlich... Die sind ja schwarz und weiß. Dann soll man nämlich zeitversetzt in die andere Richtung tanzen manchmal. So. Es ist also möglich. Ich werde in diesem Mini-Spiel nichts sagen, weil ich... Ich habe da Probleme mit. Gebe ich zu. Ich habe da Probleme mit. Ich habe da Probleme mit. diese zwei gesichter ich finde das so herrlich keine ahnung wer das ist aber eins davon ist fröhlich und eins nicht so und ich habe sogar ein sehr schön hinbekommen super supi so dann geht es ja weiter mit dem nächsten minispielchen und es ist noch nicht aufgetaucht weil da kommt erst mal der hier ja nö oh ja oh ja oh ja das kenne ich das kenne ich one two three one two three okay it's on it's up to you das ist schön blub 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 die reden mit mir was war denn das noch mal it's up to you genau it's up to you und also die haben japanischen zwar auch englische wörter aber sind andere da gibt es zum beispiel also statt okay jetzt sagen sie okay don't mind und dann sagen sie zum beispiel im englischen let's read a bunch of books und bei dem anderen mal gucken vielleicht kommt es ja jetzt hier so ist es im englischen das heißt man soll fremdenfeindliche leute in die luft sprengen keine ahnung let's read a bunch of books let's read a bunch of books let's read a bunch of books oh ja okay it's on okay it's on okay it's on und die sagen okay don't mind one two three one two three let's read a bunch of books mach dich vom acker mother fucker du bist scheiße geh endlich heim nein das war nicht so gemeint das war nur so ein text den ich auch so im kopf hatte guelte ein guelte 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 Du kannst doch nicht spielen! Du kannst doch nicht spielen! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! geschafft zumindest irgendwie und leise still ohne was zu sagen es tut mir so leid ich sollte weiter üben gleichzeitig zu sprechen und zwar nicht im takt während ich aber im takt spiele glaubt mir ist es wahrscheinlich nicht so einfach du hast es geschafft ja ich hab's geschafft ja ich hab was freigespielt so hier geht es weiter mit auch einem schönen spielchen ich weiß gar nicht wo das genau herstand ich glaube es war vom ds oder so ist auf jeden fall voll niedlich das ist schön eins zwei drei katzen brei und ist auch mit dabei nein eigentlich nicht mit ihren drei gesichtern also drei mündern also die die münder die aussehen wie so eine liegende 3 jetzt geschafft das ist auch ein schönes lied das hat auch ein schön eine schöne melodie und so eins zwei drei katzenbrei ich weiß nicht was ich hier eigentlich sage es geht ab ihr macht schlapp wir drehen uns im kreis und frau fressen gern fisch es ist frisch ich will fisch »M75 ich will nem fisch« Wir sind am 2. März in Amsterdam Ich bin im Fisch Und das war's auch schon Das Katzentrio Die sind so cool, niedlich, toll Ich mag ja Katzen eigentlich Nicht so sehr Aber Cartoon-Katzen finde ich voll in Ordnung Die sind nicht so gemein wie normale Katzen So, und damit hatten wir auch diese Katzen Gesänftigt Na denn Yay, Tür ist offen, dann kannst du endlich gehen Dann kann ich wieder allein sein Ach Das ist aber schön, dass die Tür aufgegangen ist Daran habe ich mich schon ewig versucht Echt? Wieso denn? Ja, weil wenn man die aufkriegt Dann kann man in die größte Nationalbank der Welt einbrechen Und du hast mir dazu geholfen Tja, ähm Jetzt brauche ich dich nicht mehr Kann ich dich auch erschießen? Nein, tu das nicht Sonst Nö, äh Ich hab meine Meine Meinung schon gebildet Äh Ja Oh, jetzt kommen wieder die drei Weißen aus dem Morgenland Okay Wir wollen die Herausforderung annehmen Und was müssen wir bei denen machen? Oh Das kenne ich Au Man Ha Geschafft Man muss aufpassen, dass man nicht geschlagen wird Ja, welchen nehmen wir als erstes Den schwersten für am wenigsten Oder den leichtesten für am meisten Oh, 50 Ne, dann nehm ich lieber Dann streng ich mich lieber hier an Oh Ha Ah! Puff! Katzenpfote Nochmal Nochmal Das war doch Das war doch vorher eine menschliche Hand Da ist eine Ach, eine Laufstange Und wieder eine Hand So, und wir haben es geschafft Ganz einfach Dreimal durchklicken lassen Das vierte Mal weglassen Und dann halten